Peter, ein paar Sachen aus meinem Auto auszuholen. Kann ich mitkommen? Ein paar Sachen auszuholen? Nein, ein paar Sachen auszuholen, weil die ÖMPT holt man ja schon. Aber du weißt ja, wie die Saison machen kann. Und so wird aufgelassen. Wenn du die Mauer abwechseln kannst. Und wenn du das auf die Gemur hast. Ja, aber du weißt ja, du kannst das nicht wirklich vernünftig befestigen. Das ist der Lob auszuholen, wenn du die Mauer abwechseln kannst. Ein paar Sachen aus meinem Auto auszuholen. Kann ich mitkommen? Ein paar Sachen auszuholen? Nein, ein paar Sachen auszuholen, weil die ÖMPT holt man ja schon. Das dauert noch länger. Du hast die Nummer und euch, wie habt ihr jetzt schon gesagt? Äh, dann wären es vier Zweck. Ach so, ich sehe, dass die haben. Und dadurch ist zweckens hier. Und dann kam es wieder auf zu schützen. Und dann kam es hin zu geindrucken. Und dann kam es wieder auf alle, die Mauer die Füße fest. Und damit kam es nicht weg. Jetzt kam es auf alle zwei. Super. booth. Sprech. Vielen Dank.